Herzlich Willkommen hier zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise zu einer neuen Folge. Einer neuen Folge, ja. Genau, wir fliegen mee, die Gustav, und was gibt's zu sagen zu ner mee? Ich würd sagen, wir stimmen ein Liedchen an. Du stimmst ein Liedchen an. Ich hab schon gesagt, dass ich nicht mit singen will. Dann zieh dahin, hey, in Sonnenschein. Jetzt fliegst du auf die Sonne zu, ha? Eine kleine Jägerin, meh 109, herrscht rünn im Luftrevier über Land und See. Alles muss sich beugen, ihr tapfere kleine Meere. Ho-Rid-Ho, ho-Rid-Ho. Was? Spiel hier nicht den Alleenunterhalter. Immer sollst du Sieger sein, Herr Schindler. Da unten kommt ein B24. 109, immer sollst du Sieger sein, Herr Schindler. Alter, wie bist du da so flott raufgekommen? Tja, ich kann's. Ach nee, du hast den besseren Motor drin. Das kommt davon, wenn ich das neue Flugzeug hab. Die G6, meine ich. Blauer Trauketier. Ja genau, die G6 flieg ich. Jägerin hat es entdeckt. Mach's tot. Attacke. 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 Höchstück an den Freitagern. Also ich greife jetzt die Key 49 an. Nicht die Key 84 immer noch. Ach nee, es kommt so eine scheiß Burggewolf. Ja genau. Weil ich war ja gerade unterwegs noch, ne, ins Auto und da sind wir draufgekommen auf den Bonhoeffer Film. Mit dem, mit dem... Nein, der Verhörer hat kein Recht auf die Wahrheit. So, wo ist das nächste Opfer? Weg! Oh scheiße, jetzt bin ich das ein Opfer. Das war etwas zu flott. Stelle fest, der Bomber fliegt im Tiefflug keine 600 Sachen. Ich muss runter, ganz schnell. Jetzt bin ich, jetzt bin ich zuschneiden. Nein! Nein! Ich komm und fang dich auf! Time to say goodbye! 3, 2, 1 und... Bumm! Wo bleibt die Rauchwolke? Wo bleibt die Rauchwolke? Da ist die Rauchwolke! Auf dem Boot allein! Auf dem Boot? Au, 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 au! Lass mich in Ruhe, kleiner, hässlicher... ...zum dreißer der! Wo wir gerade so dabei sind, möchte ich noch, ähm, ein Gruß versenden an... Nein, 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 nein! Doch, doch! Ich hab gelandet! Ich auch. Möchte ich einen Gruß sagen an den Tech-Fan Gerr. Wahrscheinlich für Germany. Ja, sowieso. Hier kommst du drauf. So, jetzt, jetzt sehen wir gleich meine super tolle G2 umlackiert. Das ist das, äh, die gelbe 8 soll es darstellen, auch wenn keine gelbe 8 drauf ist. Schön, die Abschlussmaten. Von heute. Ich greif die Spitfire an. Ich mag Spitfires. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Ich fühl mich gemobbt. Gemobbt und ausgebrannt. Ein Pilot ausgeschaltet. Gut, ausgebrannt. Finden Sie Ordnung, äh, Mobbing in Ordnung, Herr EWG-Lehrer. Ja, wenn es um euren Deutschlehrer geht, schon. Ja, das stimmt, da war was. Ich kann mir ja wieder Themen aufgreifen. Ach, was gibt es Herrlicheres als die Themen aus der Schule, wa? Ja. Alter! War das einer von uns? Ich weiß es nicht. Ich muss mir gerade den Flügel weggeben. Ja, heute fliegen wieder Sonderchaoten. Ah, rauf! Heilige Scheiße, das war knapp. Das war richtig knapp. Ich geh mal landen. Ah, ist uncool, da ist gerade ein Bombenteppich, aber. Ja. Das muss halt. Da kommt aber gleich einer runter. Das heißt, also einer wird definitiv zu schnell runter. Rette mich! Ich rette dich! Da kommt ein Bomben! Dingensens. Ja, richtig. Ich versuche dem hinterher zu kommen, aber gerade wird es eher weniger gut sein. Wehe, er repariert mich jetzt nicht. Jetzt hässlichen kleinen Drecksäcke. Und? Tschüss, Schwabi. Nein! Oh, die war ganz knapp daneben, du. Aber ganz knapp. Wie jetzt? Ich kann nur nachmunitionieren, aber nicht reparieren? Ihr seid ja Drecksäcke. Ah ja, schön, mein Abschussmensch ist ein kleines Häufchenbrennen. Ein kleines Stückchen Napalm. So! Was? Scheiße, doch! Was? Teamwork! My way to hell! My way to hell! Dam, dam! Nicht nochmal? Okay. Boah, warte, ich bin grad meine... Es ist immer so genial, dieses Lied kommt jedes Jahr, wenn ich in Urlaub fahre. Mindestens einmal auf der Autobahn. Na schön, die zwei haben sich wieder weggerammt, die haben's drauf. Ich will's noch kurz meine Rakete loswerden. Dann geh ich erst lang. Ah! Achtung, schmale Fahrbahn. Alter, links einer vorbei, rechts einer vorbei. Wenn ich in der Mitte, was soll ich tun? Und wen soll ich angreifen? Ich will nicht zur Fucke wohl. Da hinten ist ein Bomber. Ah ja, vier Kilometer über mir, das... Da komm ich nicht ran. Meinst denn? Hallo, hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's denn so? Na, wunderbar. Gestern hab ich ne Banane auf der Mauer gefunden. Na, wie lang ist sie denn gelegen? Ich weiß es nicht. Ich hab meinen Sohn geschickt, der soll ihn erhöhen. Komm zur Hilfe, bitte. Ich hab sonst ein kurzes Leben. Ja, so gehen sie, so ist hat mein Sohn auch gesagt, als er zur Mauer ist. Bitte, ich... Ich verräuchte wirklich Hilfe. Was, du brauchst Scheiße? Nein, Hilfe. Ich bin doch nicht der Steuermann-Vertreter, der neun Stunden am Stuhl sitzt. Wieso ist da was hin? Da ist doch ne Stück hinter dir. Da ist doch nur was. Was? Der, der da gerade so durch ist. Durch ist. Ey, die fliegen ja kurz und du. Das ist ja wunderbar. Da testest du, das ist halt schon der Horror. Du, das ist gut. Gaput. Gaput, Junge. Gaput, Junge. Äh, ne Fucke hinter mir. Äh. Schock, schwere nöt. Äh, ist, ist, gleibsch weg. Gleibsch. Die P2, die P2. Die PET-Flasche. Oh, die gibt Sand. Ja, genau. 25 Cent, los. Kipp Gas. Ich brauche die 25 Cent. Kipp Gas. Kipp das Gaspedal. Hallo, verbindete Flak. Oh, jetzt ist das 25 Cent in den Berg gebommen. Ich geh mal kurz her. Ich kann heute schon sprechen. Nu, geh doch mal, Kap. Oh, 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 jetzt kommen die fetten. Dam, 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 dam. Da ist er, was, hü- 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 Schwabi. Was denn? Ich bräuchte mir kurz Hilfe. Ach du, äh, ich. Ich auch, ich müsste landen und mach mal den Bomber da bitte weg. Das war wunderbar. Was für, was, was, was für ein Bomber? Der über der Base. Ich, 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 ich. Jetzt will ich kein Base Bomber. Ich kann heute noch keinen, äh, der ist zu höch. Schick jemand anders. Wir haben noch eine Minute 50, wofel. Danach gibt's den zweiten Part. Ist er jetzt död? Na, ich bin noch nicht död. Ne, ich meine nicht död, ich meine den anderen. Ist er nur död? Oder ist er nur nicht död? Nu, komm doch mal her, da kommt ein NK, äh, N1K. Da kommt ne Vögelwölf, ich mag mein Leben nicht mehr. Kann ich verstehen. Und ich hab doch schon den Ralf-Wölk. Ich würd dein Leben auch nicht mögen. Ja, mein Leben ist scheiße. Ich, ich komm zu dir. Ich komm zu dir, mein Freund. Das sind Freunde? Das hab ich dem Paar verpasst. Im Krieg sind alle Freunde, die die gleiche Armbinde tragen. Ach so, ach so. Ja, die anderen nix. Da nur die mit dem roten Kreuzle auf der Schulter. 400 Sachen, der perfekte Zeitpunkt, um das Fahrwerk auszufahren. 350, der perfekte Zeitpunkt, um landen zu wollen. Jawoll, trifft's. Land, Junge, bremst! Bremst, 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 bremst. Ja, ein Problem, unser Flugplatz ist demnächst weg. Ehrlich, ich hab grad ein anderes Problem. Oh! Ja, ich hab keinen Propeller mehr. Naja, so bremst man effektiver. Oh! Nö! Nö! Geh aufm Boden! Oh nein! In Anbetracht der Bomben bleibt doch in der Luft. Guck mal, wie ich eingebaut hab, du! Es ist eine kleine Bomben, Rauchwolkenfreund. welken freund auch mal noch rechts erläuft die lebt leute aufs hülsen na ja erscheinen ich kann mit ihr auch wenn du mit so wird es gleich der erste problem statt mit dem zweiten tor